Hallo, hier ist der Martin von MoneyBank, hier ist das die DAX-Handlese-Formular Montag, den 19.08.2024 und im DAX, ja, sieht alles nach Friede, Freude, Eierkuchen aus. Da, ja, ja, entspannt sieht es aus. Ruhig, gelassen, gechillt. Wir hatten uns am Freitag, also fürs Video vom Freitag darüber unterhalten, wie wir jetzt am Freitag eben mit umzugehen haben mit dem DAX, was er typischerweise macht. Hatten uns so ein bisschen committet, dass es typisch wäre, wenn er mit dem Aufwärtscap reinkommt, vielleicht so in die 2.50 rein und dann sollte eben wichtig werden, wie er damit umgeht, ob er das gestanden kriegt, gehalten kriegt und offen lässt. Dann hat man gesagt, hat er nach oben raus wieder Spielraum in die 300, 360 hat man ja die Linie hier im Tageschart kurz, die 400 und auch, ne, halt, warte mal, jetzt bin ich, falschen Chart, hier hat man gesagt, die 400 hier dran oben an die Kante, das sollte er noch schaffen. Oder eben, na komm, spring mal um hier, oder eben, was sogar eher als wahrscheinlicher noch war, er würde hochspringen, das Gap zumachen und anschließend dann bis Tagesend runterfallen. Das hat er aber nicht gemacht, er hat das Gap offen gelassen, hat auch, finde ich, eine sehr schöne Range dargestellt. Also wir hatten auch im Update das dann sehr schön abgrenzen können, da über diese, äh, weiß gar nicht, was war es, neun, halt, jetzt bin ich verkehrt, hier oben war es, 220 und 260 war es ja oben, da hat er 260 begrenzt, unten 220, ähm, gleich früh am Morgen da, die ersten zwei Stunden gefühlt da drinnen nur hin und her gehampelt, sodass man dann schon ableiten konnte, okay, wenn er jetzt über 260 geht, dann schafft er es da bis 3.35 und, ähm, dann hat man auch gesagt, wenn er dann von oben die 260 verteidigt bekommt, dann kann er auch noch bis 3.35. Das ist ein schöner Tag gewesen eigentlich. Hat er gut gemacht, ist von der Bewegungsamplitude natürlich nur ein bisschen zurückgegangen, also hat er kleinere Bewegungen gemacht, hat den Druck also rausgenommen aus der Aufwärtsbewegung und, ähm, das ist jetzt wahrscheinlich auch das, weswegen den meisten jetzt die Montagsanalyse bestimmt nicht gefallen wird, denn wir sind da halt jetzt wieder mittig und am ähnlich. Das ist jetzt hier wieder genau wie die ganzen in den letzten Wochen, so, da kann alles, da, nichts, nichts muss, alles kann, das ist so, ähm, hier in der Range dann einfach schwieriger, eine, eine klare Prognose abzugeben, weil zu viele Möglichkeiten sich überlagern und die vorherrschende Richtung hier einfach primär seitwärts ist in der Range und er ist jetzt mittig wieder genau reingekommen, also 3.35, das ist nur die Marke, die haben wir also gefühlt jeden Tag in den letzten vier Monaten im Mund gehabt, in jeder Analyse bis dahin stand, weil sie immer wieder von oben oder unten, immer wieder zum Mittelpunkt von der Range hin, ran, zurück und so weiter und so fort und von daher ist, ähm, das ist einfach nur wichtig, sich ein bisschen vor Auge zu halten, wir sind jetzt wieder mittig in der Range, dass, ähm, das Beste, was man nicht mehr warten kann, ist eigentlich, dass er die Range erstmal wieder annimmt und versucht wieder die Leute hier einfach ein bisschen durchs Zeitwärts rauszusegeln halt, ne, egal wo sie drinnen sind, short or long, ähm, deswegen würde mich das nicht wundern, wenn sie am Wochenschluss auch wieder bei 3.35 stehen, es würde mich wirklich nicht wundern, ähm, wir können aber trotzdem abgrenzen, haben wir ja die letzten Monate immer gemacht, ja, dass sie gesagt haben, okay, da und da sind vielleicht noch interessante Punkte, wo was, äh, oder wo was wichtig wird, das ist im 2-Stunden-Chart hier besonders der Bereich um die 400, 420, ähm, das wäre jetzt so eine schöne Zone, wo ich mir auch einen schwachen Montagschart vorstellen könnte, dieses Typische, was der Dax gerne montags macht, wenn er dann doch schwächer notiert, ist ja, dass er so kurz nach dem Cetra-Start einfach ein bisschen nach oben schießt, ähm, sollten wir das hinkriegen, gleich nach 9 Uhr einfach ein bisschen nach oben stechen, in die 400, 420 rein und er kippt dann um und geht dann auf neue Tages-Tief zurück, kann das sogar Tageshoch bleiben dann, ja, also das haben wir oft schon mal sowas gesehen und er tammelt dann einfach ein bisschen abwärts, macht vielleicht das Geld zum Donnerstag zu, man sollte hier einfach ihm jetzt ein bisschen Bewegungsspielraum geben, ja, das nicht zu eng jetzt hier alles sehen, äh, vor allen Dingen auch mit dem Sublust dann eben aufpassen, dass man sich nicht vertüdelt, ich erinnere da immer wieder gerne dran, wenn Seitwärtsbewegungen anstehen, dass die Leute das eben nicht ignorieren, nicht außer Acht lassen, weil vielen wiegt das nicht, diese Seitwärtsgeschramme, diese häufige Fehl-Signal-Qualität, die wir in, äh, oder Fehl-Signal-Dichte, die wir einfach in Seitwärtsbewegungen immer wieder haben und da ist er jetzt, das ist jetzt wieder genau da drinnen, das, ähm, würde jetzt durchaus ihm auch zustehen, das wieder aufzugreifen halt, ja, und dann da einfach ein bisschen oben unten stänkern, das muss man jetzt, das muss man ein bisschen riechen, das muss man, da muss man sich drauf einstellen, wenn man sich drauf einstellt und überlegt, ja, wo können da jetzt die Leute wieder ärgern, dann wird man merken, hey, ja, der macht ja genau das, ja, und dann sitzt man plötzlich da und denkt sich, macht ja eigentlich ganz gut Spaß, hier so eine Mensch, ja, während die anderen alle da sitzen und sagen, boah, Alter, was ich hier in meinen ganzen Lärmchen schon gelernt habe, funktioniert überhaupt nicht, der DAX ist ja so scheiße, ich handel lieber was anderes, ja, man kann, man kann mit dem arbeiten, aber man muss sich eben bewusst drauf einstellen, Range, Seitwärts, man muss sich dem, ähm, einfach fügen, man muss das annehmen, man muss das annehmen, es ist nicht garantiert, dass es kommt, natürlich, aber die Wahrscheinlichkeit ist ja jetzt wirklich relativ hoch, dass das aufgreift, ich würde oberhalb von, ähm, wie gesagt, 360 würde ich denken, wir gehen in die 400, 420 rein, das wird für mich so ein bisschen so diesen, ähm, Hoppo der Top-Marker, also ich denke immer, wenn wir an 420 nach unten drehen, ist das tolle nach Range, dann kann er, wie gesagt, auf das Gap zurück, vom Gap wieder nach oben, ja, also so 420 auf 200, von 200 wieder auf 300, das wäre, das wäre jetzt so ein klassisches Pattern, was er dann eben abbilden könnte, ähm, positiv wäre natürlich, wenn er über die 420 drüber kommt, weil wir aus Tagessicht hier natürlich noch fernere Ziele haben, die dann da eben liegen bei Beginn dieser ganzen Rutsche, das ist die 500, ja, also gehen wir über die 420, 500 ist der Anlaufpunkt überhaupt, und dann reden wir hier über die ganzen Panten, ja, die kommt dann bei 600, dann kommt hier oben die 700, 710, also 500, 600, 700, kann man sich eigentlich relativ einfach machen, ähm, wenn es denn für den Montag relevant wird, das sind die nächsten Etappen, wenn er dann über seine 420 hinauskommt und nach 930 dann auch neu hochspringt und eben nicht gleich nach dem Ketra-Eröffnung dann hochstellt und wieder nach unten taumelt, ja, sollte nach unten taumeln, wie gesagt, haben wir gesagt, die 200 ist ja jetzt ein interessanter Punkt, ähm, 200, das Gap liegt, ich sage es euch gleich ganz genauer, wartet, doch, 202, also ziemlich genau die 200, ähm, wir kriegen dann hier ein bisschen Unterstützung erst wieder tatsächlich tiefer, so um die 18100 rum, ja, 200 wird also Unterstützung, geht ja tiefer, 18100, ähm, und auch so knapp 1820 dann, ja, 1810, 1820, auch hier noch ein offenes Gap, ja, nicht ganz geschlossen die 900, ähm, eigentlich so wie es aussieht, hier die ganzen Hunderter, ja, die ganzen Hunderter hoch wie runter zu sind jetzt wichtig und dann, äh, kann man das aber für sich auch mitnehmen und auch bei der Zielplanung, wie weit halte ich ein Take-Profit, ja, wie weit gehe ich mit einem Trade, ja, wer dann da irgendwie bei, ich sage jetzt mal 235 was wegnimmt, das ist dann vielleicht ein bisschen unnötig, ja, kann man dann auch noch die Punkte bis zu 200 ausreizen und dann halt die Hunderter voll machen, ähm, von daher, versucht so ranzugehen, ja, guckt euch die größeren Ziele an, die im Umkreis liegen, öffnet euch ein bisschen für beide Seiten, ich weiß, das gefällt immer viel nicht, wenn wir so eine Analyse hoch wie runter machen, ähm, aber damit muss ich einfach leben, weil ich helfe euch mehr, wenn ich euch drauf vorbereite, äh, auf das, was in der Range am typischsten ist und das ist 50-50, das ist hoch runter, das ist, das, da muss man sich einfach auf seinen Treib einstellen und wenn man sich einstellt, kommt mir damit gut zurecht, ja, das hilft euch besser, wie wenn ich mich jetzt hier hinstelle und sage, ah, 100%, der geht hoch, 100% der geht hoch und dann habt ihr da so einen wurstigen Seitwärtstag und ihr versucht 10 Mal lang und das klappt nicht, da habe ich euch nicht geholfen und dann nehme ich das auch in Kauf, dass da manch einer schreibt, ah, du hast ja heute gar keine Ahnung, ähm, ich habe auch keine Ahnung, das ist nicht, was morgen kommt, das ist wie nicht, dem steht das vollkommen frei, der kann sich austoben, ich würde drauf tippen, 420, 200, 300, so in dem Ablauf, ähm, wie gesagt, über 420 brauche ich mir auch eine 500 zu, ja, ähm, über 500 ist dann 600 der nächste interessante Punkt und dann macht was draus, macht was draus, nehmt es mit oder lasst ihn sein in den Montag, guckt euch den erstmal an, wie der jetzt reinkommt, wie der sich jetzt hier committet, aber wir haben eine Abnahme der Bewegungsdynamik hier drinnen, definitiv, das ist erkennbar, ja, das heißt, ähm, man sollte sich hier, man sollte schon ein bisschen anpeilen, dass der, dass der in seitwärts übergehen kann, ja, kann er auch erst bei 500, aber das ist seine alte Range mit da, da sind wir jetzt, 335, das war sie, das war die Range mit die ganzen letzten Monate, ja, und das, da erinnert er sich dran, das weiß er noch, ja, das weiß er noch, gut, Freunde, unten, oben, alle wichtigen Punkte bestimmt, äh, committed habe ich euch auch auf das, was kommen kann oder am wahrscheinlichsten jetzt hier ist, von daher brauchen wir uns nicht länger in die Länge ziehen, ich mache hier zu, wünsche euch einen guten Wochenstart, viel Erfolg, hören wir uns morgen wieder, bis dann, tschüss.